Jim Dine ist ein US-amerikanischer Künstler und ein Hauptvertreter der Pop-Art. Leben Jim Dine wuchs in der Umgebung seines elterlichen Haushaltswarengeschäftes in kleinbürgerlichen Verhältnissen auf. 1953 bis 1958 studierte er an der University of Cincinnati, der School of Art Museum of Fine Arts, in Boston und an der Ohio State University, Ohio. An der er den Grat eines Bachelor of Fine Arts erwirbt, siedelt er nach New York um. Er gründete gemeinsam mit Klaas Oldenburg, Mark Radliff und Tom Wesselmann die Judson Gallery in der Judson Memorial Church, wo er ausstellt und mit seinen Freunden erste Happenings durchführte. Zwischen 1960 und 1965 übernahm er diverse Gastprofessoren U.A. am Oberlin College, Ohio und an der Yale University, New Haven. 1966 arbeitete er in London mit Eduardo Paolozzi zusammen. Jim Dine war einer der zahlreichen Künstler, die zum Freundes- und Bekanntenkreis des Kunstsammlers und Metzens Theodor Ahrenberg gehörten. Dine lebt und arbeitet in New York an der Road School. Werk Jim Dine zählt sich zu den genreübergreifenden Künstlern. Neben Malerei, Grafik und Skulptur widmet er sich ab den 1960er Jahren auch der Lyrik und ab den 1990er Jahren der Fotografie. Er entwirft Bühnenbilder und Theaterkostüme. Der Künstler wird im Allgemeinen der Pop-Szene zugeordnet, weil er in den späten 1950er Jahren mit Klaas Oldenburg und anderen eine neue Sichtweise etablierte, die Alltagsgegenstände aus ihrem Kontext riss und sie in eine eigene Aura stellte. Kurz danach fand er sich von der distanzierenden, kühlen Sachlichkeit der Pop-Art ab und fand zu einer metaphorischen Ebene und einer eher emotionalen Wärme in seiner Kunst, die vom Ansatz her den abstrakten Expressionisten folgte. Dine arbeitete in künstlerischen Phasen, die von bestimmten, immer wiederkehrenden Sujets definiert waren. Ab Mitte der 1960er Jahre war sein durchgehendes Motiv der Bademantel, in ihm sah er sich selbst. Er abstrahierte hier die unterschiedlichen Facetten seiner eigenen Persönlichkeit. In den 1980er Jahren wandte sich dann der klassischen figürlichen Kunst zu. Nach umfangreichen Studien der klassischen Bildhauerei schuf er eine Reihe figürlicher Skulpturen, wobei er sich von der antiken Venus von Milo inspirieren ließ. Ein weiterer bekannter Zyklus waren seine Herzen, die sowohl Selbstreflexionen als auch grundlegende Fragen des Menschseins beinhalten. Jim Deans kritisches Hinterfragen des Menschseins erklärt sich wohl durch seine Nähe zu den Entdeckungen und Methoden der Psychoanalyse. Er bezeichnet sich selbst als ein Anhänger der Lehre T. G. Jungs Ausstellungen 1959 und 1960 Judson Gallery, New York Einzelausstellungen in der Judson Gallery der Judson Memorial Church 1960 1960 The Smiling Workman Judson Church März 1960 Kurzes Happening 1960 The V.D. Will Show Räuben Gallery, New York Juni 1960 Happening 1960 Car Crash Räuben Gallery, New York November 1960 Mehrere Aufführungen Happening mit verschiedenen Personen 1960 The Shining Bed Räuben Gallery, New York Dezember 1960 Happening 1962 Martha Jackson, New York Einzelausstellung im Januar 1962 1962 New Parting of Common Objects Pasadena Art Museum 1962 International Exhibition of the New Realist Sydney Janis New York 1964 Biennale Venedig 1964 Galerie Ileana Sonnabend Paris 1965 Natural History RKO Theater, New York Mai 1965 Happening Teil der First Theater Rallye 1968 zu 4 Dokumentar, Kassel 1977 Dokumentar 6 Kassel 1978 Biennale Venedig 1994 Valdra Wink Kunstverein Ludwigsburg 2014 Jim Dein My Tools SK Stiftung Kultur Köln 2015 16. Jim Dein About the Love of Printing Grafik 1960 bis 2015 Museum Volkwang Essen Auszeichnungen 1994 Wahl zum Mitglied der National Academy of Design in New York 20 2 S Untertitelung des ZDF, 2020